einen wunderschönen guten morgen liebe leute ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren video der rocco ist auch am start wo ist er denn? ach da mein großer quadratschädel ist wieder im bild und zwar wir stellen das auto jetzt hier ab wir sagen nicht wo wir sind aber ihr seht guckt es euch noch mal an denn spätestens in 3-4 stunden sieht daran was anderes aus ich sag mal es hat was mit performance zu tun und ja lasst euch überraschen so ihr lieben wir sind jetzt fertig wir haben den wagen abgegeben sitzen gerade in purer performance fiat 500 abart 595 kompetitionen ja richtig power wir fahren jetzt erstmal rein lasst euch überraschen was wir nachher euch präsentieren am model 3 was wir verändert haben und jetzt gibt es erstmal ein paar impressionen vom fiat damit auch mal wissen was rocco hier rum fährt leute lasst euch überraschen mama mia so ihr lieben wir sind jetzt mal eine abgesperrte strecke gefahren dass ihr das ganze ausmaß des abarts mal hört ja rocco steht da hinten und wir machen jetzt einfach mal einen kleinen soundcheck war würde ich sagen das heißt die pure power eines fiat 500 abart kompetitionen mama mia ist das eine uhr jeweils mama mia leute habt ihr das gehört ich krieg gerade richtig geil der hat halten als führer drin aber so einen brutalen klang das ist der wahnsinn 180 ps glaube ich haben die also ist echt irre mit mama ein bisschen weg kommen von diesem elektrozeug war ich mein tesla fahren ist immer geil keine frage aber so ein bisschen die emotion noch aus kitzeln aus dem benzin aus dem verbrenner ist halt doch irgendwie noch was anderes aber ja das muss ja jeder selber wissen dass ja mal schmackssache ich meine ökologisch gesehen ist das jetzt sag ich mal nicht mehr so das trendding war was die meisten jetzt propagieren aber ja jetzt kommt er wieder das schöne ist heute regnet es mal nicht und ja wir werden jetzt mit dem abart wo ist er denn da hinten fährt er rum genau wir werden jetzt noch mal nur auf 100 testen mal gucken was er rausholt rocco ist sehr zufrieden mit dem wagen er ist er ist zwar ich sag mal recht komprimiert aber man soll sich nicht mehr auf 100 testen nicht wundern da drin ist doch viel platz power ohne ende also für nicht mal an 1100 kilo oder so so viel leistung und dann dieser klang den abart herauszaubert das ist der wahnsinn einfach das ist echt der wahnsinn habt ihr ja gerade gehört da geht einem das herz auf also gänsehaut ist auf jeden fall vorprogrammiert wir haben nachher noch eine andere waffe für euch dieses video wird mal richtig schön petrol head mäßig muss auch mal sein dass man mal wieder weiß auch was es noch anderes in der welt gibt außer tesla und rocker hast ja nicht drin gekriegt 6,9 sekunden aha ok wird noch mal machen ok leute ihr wisst ihr seid wir haben jetzt eine zeit von 7, was hat er gesagt nicht 6,9 sekunden auf 100 ohne gang richtig rinknüppeln also mal gucken ich denke mal da lässt sich noch was rausholen guck mal das ding ist halt echt brutal laut man das ist ja wahnsinn das ist echt der hammer so jetzt geht's weiter leute das sah der hüter es hat sich so angehört als ob die gänge jetzt voll durchgezogen wurden ja mal schauen was er jetzt sagt das ist also eine 6,5 wäre geil wenn wir das jetzt hören gleich eine 6,5 das ist denke ich geil und rocker was sagst du wo sind wir jetzt hast du nur auf 100 gemacht und wir haben einen wert 6,5 6,5 leute wie ich gesagt habe 6,5 ich habe vorhin in die kamere gesagt das 6,5 sekunden 6,5 haben wir auch jetzt geil sehr gut nur auf 50 und 2,7 der letzte gang ist halt 98 ja ok das ist ein dritten das ist scheiße ahja das ist tesla niveau junger sehr gut rocker 2 sekunden noch schneller dann sagen wir so weit haha ja perfekt so leute wie habe ich gesagt 6,5 hier oben junge das ist schön ja jetzt machen wir noch einen lauf okko macht sich bereit und ja vielleicht können wir noch was raus geht er will jetzt die traktionskontrolle ausmachen oder so hat er gesagt ich habe es gar nicht richtig verstanden ich bin ja laie ich meine mit so autos und sowas ich fahre gerne schnelle autos aber schrauben oder mich auskennen tue ich ja nicht das war nichts ja reicht sehr gut rocker kannst du vielleicht noch am stand ein bisschen zeigen wenn das sieht warte ich jemanden auskennen mama mia mama mia ja mit so einem druck das ist doch nicht normal rocko alter falter das ist nicht normal rocko ohne scheiß richtig tuning das ist richtig high end performance ich will nochmal von vorne krass guckt es euch an die kleine rennsimmel geil einfach nur geil wahnsinn schön rocko sehr gut tja leute was soll man sagen ihr habt performance live erlebt ist was anderes als tesla ja kann man auch mal machen das ist ein bisschen mehr mit emotionen also sind wir zumindest die meinung emotionen geht mit sound viel besser als nur reiner strom aber ja so ist es halt da wird das korrektes video vom heutigen tag ja das schneid ich alles mit rein willst du die überraschung noch ansprechen die habe ich schon leicht angesprochen ach so die andere überraschung wir haben nämlich noch ein monster für euch parat es geht jenseits der 500 ps das überraschung genau lasst euch überraschen wir machen jetzt erstmal grün an und ja grün ein bisschen leute bis später